Sollte ich in die Nachprüfung gehen, ja oder nein? Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und diese Frage ist wirklich extrem schwer zu beantworten. In manchen Fällen auch ganz einfach, aber wenn du dieses Video anschaust, fragst du natürlich, hm, sollte ich es tun oder sollte ich es nicht tun? Und im Endeffekt ist erstmal abzuklären, kannst du dich durch die mündliche Nachprüfung überhaupt verschlechtern? Da möchte ich keine pauschale Antwort geben, weil ich das nicht in jedem Bundesland explizit überprüft habe. Deswegen guckt euch bitte für euch selbst an, könnt ihr euch verschlechtern oder nicht durch die mündliche Nachprüfung? Wenn nein, dann ist es schon mal wesentlich einfacher von der Fragestellung, weil dann ist einfach nur die Frage, ist die Verbesserung, die du erzielen könntest, es dir wert? Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich muss unbedingt diesen Schnitt erreichen, damit ich dann das studieren kann, was ich studieren möchte. Dann würde ich natürlich, gerade wenn du dich nicht verschlechtern kannst, kann entweder sein, was von den Regularien so ist oder weil deine Not einfach so schlecht war, dass es eigentlich nicht mehr wirklich schlechter geht, dann würde ich auf jeden Fall in die mündliche Nachprüfung gehen, weil natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Auffahren und vielleicht nervig, aber überleg mal so, du musst nur noch ein einziges Mal lernen und dann musst du wirklich für die Schule nichts mehr machen, außer dann im Studium, haha. Aber du musst dann erstmal lange Zeit nichts machen. Und wenn es wirklich dann um dein Traumstudium geht, dann investiere doch nochmal alles rein. Sei auch nicht demotiviert im Sinn von, boah, habe ich keinen Bock mehr, sondern steck wirklich alles rein, weil es ist dann vielleicht auch einfach deine letzte Chance, noch an das entsprechende Studium zu kommen. Wenn du jetzt kein Studium hast, wo du sagst, boah, ich brauche genau den Schnitt und wenn es vielleicht auch für dich von der Gesamtnote gar nicht mehr groß was ausmachen würde, dann musst du es nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn du jetzt sagst, ich will für mich persönlich Schnitt XY erreichen und mit der Nachbrüfung würde ich das schaffen. Frag dich einfach selbst, ist es dir das Lernen nochmal wert? Ja oder nein? Im Endeffekt kannst du da nichts Falsches machen. Wichtig ist nur, dass du da eine Entscheidung triffst, die du selbst danach nicht bereuen wirst. Wenn es jetzt vom Schnitt her nicht mal einen Unterschied macht, dann würde ich sagen, lass es einfach sein. Du kannst natürlich, wenn du da irgendwie so ein persönliches Ding mit dem jeweiligen Fach hast, zum Beispiel sagst, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich in Englisch nur 8 Punkte oder so habe, dann geh von mir aus nochmal rein, wenn du möchtest, aber das dann wirklich nur freiwillig. Solltest du dich verschlechtern können, dann bitte sei dir ganz bewusst, ob du wirklich auch das Lernen nochmal durchziehen willst. Was super ärgerlich wäre, wenn du für dich sagst, okay, ich will eigentlich nochmal da reingehen, um mich zu verbessern, aber dann hast du doch keinen Bock zu lernen, dann schreibst du noch schlechter, dann ist deine ganze Note schlechter geworden. Dann hast du dir zusätzlichen Stress gemacht, musstest mehr lernen, hast eine extra Prüfung und am Ende eine schlechtere Note. Deswegen, das würde mich sowieso mal interessieren, kann man sich bei euch durch eine mögliche Nachprüfung verschlechtern? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich extrem stark interessieren. Und dementsprechend stellt ihr einfach die Frage, ist es mir das wert, ja oder nein? Das kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig pauschal für dich beantworten. Ich würde euch nur folgende Sache ganz stark empfehlen. Ich würde nicht, nicht in die Prüfung gehen, weil ihr zu faul seid. Ja, das heißt, wenn ihr nur denkt, boah, ich habe keinen Bock, geht trotzdem. Ja, also wenn es noch irgendwas bringt, dann geht trotzdem, einfach aus dem Grund, weil ihr nicht euch danach sagen wollt, oh, ich habe mein Studium deswegen nicht bekommen oder den Schnitt, den ich immer haben wollte oder wie auch immer. Oder boah, jetzt habe ich in meinem Abizeugnis da voll die Note, die ich nie da drin haben wollte. Das wollte ich euch im Nachhinein nicht sagen. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht nur aus reiner Eitelkeit jetzt mir nochmal eine Nachprüfung antun. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, ich will aber keine Achtpunkte in Englisch haben, kannst du, wenn du willst, trotzdem in die Nachprüfung gehen. Ja, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, in das Abizeugnis wird so genau wahrscheinlich aus dem Selbst im Jahr vielleicht nochmal keiner mehr reinschauen und im Endeffekt zählt in 99% der Fälle sowieso nur dieser Hauptschnitt. Und wenn sich an dem nichts mehr tut, würde ich auch nicht in die Nachprüfung gehen. Und, was natürlich auch noch immer eine wichtige Sache ist, die du wirklich einkalkulieren solltest, ist, wie groß denn wirklich die Erfolgsaussicht. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich habe jetzt irgendwie das Abi, weil es mein erstes Abi zum Beispiel war, ich war auch so aufgeregt, ich habe es komplett verkackt und ich konnte gar nichts abrufen, was ich konnte. Und wenn ich jetzt einfach nochmal die Chance hätte, da irgendwie auch in eine entspanntere Prüfung reinzugehen, hätte ich eine so viel bessere Note, dann macht es natürlich super Sinn, reinzugehen. Wenn du aber auf der anderen Seite das Gefühl hast, ja, vielleicht will ich mich noch mal ein, zwei Punkte verbessern, aber nicht mal, das ist sicher, dann würde ich mir überlegen, ob ich mir den Stress nochmal antun möchte. Weil gerade in den Fächern, wo du das Gefühl hast, ich bräuchte schon noch eine kleine Verbesserung, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Abi-Prüfung schon ziemlich gut läuft und ich gar nicht sicher bin, ob ich da überhaupt noch was draufsetzen kann. Gerade dann ist es natürlich schwierig und da kann es halt sehr schnell sehr ärgerlich sein, dass du, um überhaupt die Möglichkeit haben, nochmal diese ein, zwei Punkte oben draufzusetzen, musst du nochmal extrem viel lernen ein bisschen und dann ist trotzdem noch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es sich trotzdem nicht ausgezahlt hat. Deswegen in dem Fall würde ich es mir auch nochmal sehr, sehr genau überlegen, aber im Endeffekt müsst ihr es natürlich für euch selbst entscheiden. Das sind jetzt alles nur ein paar Orientierungshilfen, ein paar Gedankenimpulse, die euch die ganze Entscheidung erleichtern sollen. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Überlegungen sind, ob ihr in die mündliche Nachprüfen geht, ja oder nein und vor allem zu welchem Fach, ob ihr im Überlegen seid und ob ihr es dann auch wirklich macht. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beiseh uns in dem nächsten Video. Ja, dein Leo. Ja, dein Leo.